Hi, hier ist Sophia und heute erzähle ich dir etwas über die 8 Steuermythen, die so in Deutschland kursieren. Viel Spaß! Komme ich zur Mythos Nummer 1. Eine Steuererklärung lohnt sich nicht. In der Regel lohnt es sich schon, eine Steuererklärung abzugeben. Laut dem Statistischen Bundesamt bekommt man durchschnittlich 1070 Euro zurück. Eine Steuererklärung abzugeben lohnt sich besonders, wenn du zum Beispiel alleinerziehend bist oder hohe Werbungskosten als Arbeitnehmer hast oder vielleicht auch in einem Jahr extrem hohe Krankheitskosten. Komme ich zur Mythos Nummer 2. Wenn ich einmal eine Steuererklärung abgegeben habe, muss ich das jedes Jahr tun. Das kann man so nicht unbedingt sagen. Nur weil du in einem Jahr beispielsweise eine Steuererklärung abgegeben hast, heißt das nicht automatisch, dass du dies im Folgejahr auch tun musst. Das kommt auf verschiedene Faktoren an. Im Folgejahr muss beispielsweise verpflichtend eine Steuererklärung abgegeben werden, wenn weitere Einkünfte hinzugekommen sind. Zum Beispiel hast du dir eine Eigentumswohnung zugelegt und es kommen jetzt die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung hinzu. Du musst keine Steuererklärung abgeben, wenn du beispielsweise lediglich Arbeitnehmer mit Lohnsteuerklasse 1 bist, dann wird bereits über deinen Lohn monatlich die Lohnsteuer ans Finanzamt abgeführt. Wenn du dir jetzt immer noch unsicher bist, ob du eine Steuererklärung abgeben musst, dann schau dir doch mein Video von letztem Jahr an. Dort habe ich bereits berichtet, wann muss ich eine Steuererklärung abgeben. Das stimmt nur zum Teil. Grundsätzlich ist es nicht steuerpflichtig, wirkt sich aber auf den Steuersatz aus. Komme ich zum Mythos Nummer 4. Meine Freunde dürfen mir bei der Anfertigung der Steuererklärung helfen. Das ist nicht richtig. Ich zum Beispiel als Steuerberaterin darf meinen Eltern, meinen Geschwistern und auch meinem Ehegatten die Steuererklärung anfertigen, aber auch für den engsten Freundeskreis oder den entfernten Verwandtenkreis ist dies nicht erlaubt. Komme ich zum Mythos Nummer 5. Wenn Ehegatten die Steuerklassenkombination 3 und 5 haben, müssen sie immer eine Steuererklärung abgeben. Das stimmt so nur teilweise. Hat also ein Ehegatte die Steuerklasse 3 und der andere 5 und beide gehen arbeiten, dann sind sie verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben. Hat jedoch ein Ehegatte die Steuerklasse 5 und bezieht keinen Arbeitslohn, so sind sie nicht verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben. Komme ich schon zum Mythos Nummer 6. Mit den Lohnsteuerklassen bei Ehegatten kann man unterm Strich Einkommenssteuer sparen. Das stimmt so leider nicht. Die Steuerklassen sind nur für den monatlichen Lohnsteuerabzug maßgeblich. Bei der vom Arbeitgeber einbehalten und abgeführten Lohnsteuer handelt es sich lediglich um eine Vorauszahlung. Abgerechnet wird dann am Ende des Jahres mit der Abgabe der Einkommenssteuererklärung. Komme ich zum Mythos Nummer 7. Alle Steuerbescheide sind richtig. Das ist falsch. Nicht alle Steuerbescheide sind richtig, denn auch manchmal passieren dem Finanzamt Fehler und es werden bestimmte Positionen nicht anerkannt, die eigentlich richtig werden. Da müsst ihr unbedingt Einspruch dagegen einlegen. In der Regel prüft das aber euer Steuerberater für euch. Komme ich zu meinem letzten Mythos. Mit Versicherung kann ich Steuern sparen. Auch das stimmt nur zum Teil. Beiträge wie zum Beispiel eure private Haftpflichtversicherung oder eure Unfallversicherung können grundsätzlich von der Steuer abgesetzt werden. Das ist allerdings nur dann möglich, wenn die Höchstbeträge von 1.900 Euro bei Arbeitnehmern oder 2.800 Euro bei Selbstständigen noch nicht durch andere Versicherungsbeiträge wie dem Basisschutz der Kranken- und Pflegeversicherung ausgeschöpft werden. Das heißt, in der Regel seid ihr mit euren Basisabsicherungen, also der Kranken- und Pflegeversicherung, immer über dem Höchstbetrag und eure zusätzlichen Versicherungen wirken sich eher selten aus. Was ist denn der Mythos, den ihr schon am häufigsten gehört habt? Ich bin gespannt. Schreibt ihn in die Kommentare. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Arbeitswoche. Bis zum nächsten Mal. Eure Sophia. Ja.